Mit Käse und Wasser. Aber vor allem mit Käse. Wer das Video gerade neu zugeschaltet hat, hat keine Ahnung worum es geht. Ja um Käse rein. Ich kenne ja zu viele die mit den Mutantischen zuschalten. Genius! Was? Na nix, bloß ein paar Waffen laufen hier in eine Art leichte Fetzer rein. Ich glaube das ist... Oder wie nennt man das Teil? Mähdreisch, ne? Ja, aber das ist ja so ähnlich. Können wir den Typen endlich... Ach nein, geht doch. Hilfe! Ja, aber auf den... nicht auf mich bitte, danke. Ähm, wie machen wir das? So. Okay. Ich setze die Tür in diesem Mal auf. Ich bin so langsam. Ich will da auch rein! Ich will da auch rein! Gute Idee! Simon! Oh, pass mal auf! Oh, 10.000! Oh, fast! Ja. Ja. Okay, und wie kommen wir denn jetzt... Ah, Spaß! Wird ganz sagen. Hier, ähm... Hätten es auch so einen Punkt der da. Hier mit dem Ballgeistern. Die ist ja dran spawnen lassen. Ich kann den nicht mehr aufheben. Ich schon. Hier, du musst hier in meine Position gehen. Einer. Äh... Es würde ich lieber lassen. Hm, genau. Ah, danke. Da. Du kannst mich immer noch nicht heilen. Faire Ausleitung muss sein. Tut mir leid. Wir erklären sie mich, oder? Nein. Ist gut. Äh... Ah, okay. Ich glaube, wir müssen hier hochjagen. Fester. Nee, das sind hier so explosiv fester, deswegen. Oder wir gehen da rein. Ja, genau. Was ich gar nicht gesehen. Mach mir mehr Schaden mit Wasser als sonst was. Oh mein Gott, Simon. Was soll die Scheiße? Oh! Feuersturm. Komm schon! Ich kann das jetzt auch spielen. Pokémon. Komm schon mal. Ich darf nicht. Ich kann nicht. Ich bin nass. Dann heilig selbst. Seht ihr, wie fühle ich mich heil? Dann heil halt mehr gleichzeitig. Dann ist ja nicht so schlimm, dann einmal Feuer geschneidt. Ja, das schadet mir halt auch. Sehr souverän gekehrt. Wieso hab ich das getan? Man down! Wiederhole, man down! Wiederhole, man down! Oh, mach ich denen keinen Schaden. Ach, weil's untote sind. Äh. Ja. Müsst ihr ja leben! Ja. Nee. Hä? Simon, einmal wär nett. Ja. Alter, wie viel Leben ich hab. Die kriegen mich einfach nicht down. Muss ein Blitzschild machen. Ja, ich weiß. Ja, dann einmal Feuer. Muss kein Blitzschild machen, sondern genau, ja. Ich tank mal ein bisschen. Okay. Ähm. Wie gehen wir da am besten vor? Okay, Mann. Ah, so geht's. Oh! Das war nice. Was war das? Wieso hab ich geboren? Danke. Soll mal stehen bleiben. Ich hab' den Schaden. Endlich. Ah. Nein, der ist noch nicht tot. Aber jetzt. Ja, und ich auch. Verwirrwurm. Schnell, die Waffen. Ich werde halt die Waffen aufheben, bevor die verschonten. Stimmt. Eine waren hier, aber... Kann man wieder nicht aufheben. So. Du musst in den richtigen Winkel finden. Meistens von unten. Ja. Witzig. Nein! Okay, Vorbereitung getrefflich. Aaaaah. Ja. Vorbereitung. Ja. Ja. Verwirrung. So. Ja, danke. Okay. Ach komm schon. Simon, komm. Jetzt mit mir weiter. Jetzt bin ich wieder nass. Wait, noch nicht, noch nicht. Ah doch, jetzt schon. Okay. Einmal so. Pff. Was hast du denn jetzt wie schön das? Das ist fasziniert. Was denn? Ich. Wie machst du das? Du leuchtest. Ja, ich leuchte. Und wie hast du das gemacht? Mit E und der Taste. Oh. Du reflektierst. Ah, das ist so ein... Ich bin ein Spiegel. Äh. Ich spiele der Wirklichkeit. Mit E und Leertaste? Ja. Also E aktivieren Leertaste. Hä? E aktivieren Leertaste. Was meinst du denn mit? E. Mittelklick. Also auf sich selbst. Und dann Leertaste. Ach so, man muss die ganze Zeit Leertaste anrücken. Uäh. Wir sind ja leuchtend. Ja, genau. Hä? Die Illuminati. Was hat's für'n Effekt? Ja, einfach im Prinzip, äh, ja. Ah, der ist erneuern. Guck mal, das erneuert einfach unseren Schild. Ja. Mehr macht das nicht. Können wir jetzt eingreifen? Jawohl, ich bin ein Zerstörer. Ja, können wir jetzt auch weitergehen? Das erneuert im Prinzip nur den Schild, mehr macht das nicht. Ja, ich weiß. Aber es sieht schön aus und ist jetzt nicht für einen Kampf. Genau. Könntest du immer nur noch die Leuchte boomen, oder was? Wow. Ich wusste gar nicht, wer hat das hier auch eine Funktion? Das hat mir niemand gefragt. Das wurde schon öfters erwähnt. Aber jetzt hab ich diese leuchten Dinger, was machen die? Was? Oh mein Gott. Ja, ich werde wieder gefahren. Ich werde immer von so einem Platz gefahren. Mann, wie krass... Ich... Wir wissen, wie man jetzt, äh... Feierstrom castet. Äh, Dampf voll, Dampf voll. FQF, FQF, FQF. Ja, aber irgendwie hat's bei mir nicht geklappt. Ja, in der Reihenfolge. FQF, 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 FQF. Ich hab immer QF und dann am Ende kaum was anders. Okay. Ah, ja. Ja, super, super. Ich bin nicht. Ich bin nicht nass. Ich bin nicht nass. Da ist alles in der besten Ordnung. Ja. Das ist alles in der besten Ordnung. naja schon mehr keine Sorge, aber ich bin aber dann gewöhnt zu uns noch boah, hier müsst ihr eigentlich doch das wird klöten wette ist immer von Tauern, was soll man machen? ja Geht's dir gut da hinten? Ja, ja, ich spiel bloß dran. Die machen mir fast keinen Schaden. Tank? Ja, okay. Geht's auch mal weiter? Nö. Ja. Geht's dir gut? Komm, Leute, jetzt mal hin. Sibron? Ja. Al... Ach, was ist das? Ach, Hammerfuck ist natürlich... Das war der einzig verständige Satz in diesem ganzen Spiel. We gotta boom the door. Das ist doch so lachend. Können wir nicht einfach... Das Schatz Blumen so entzünden. Nee. Doch, kann man. Oh. Doch. Ich hab's schon sagen. Wir wollen nicht, wär das gewesen. Wir können einfach reingehen, glaub ich. Ja, eben. Ich hab da mal so'n Buch oder so was verpasst. Buch? Aha. Und der König sitzt da, macht nichts dagegen. Und der König sitzt da, macht nichts dagegen. Ist gut befasst. Ist gut befasst. DERMANYK! Die Maschine! Die Maschine! Die Maschine! Links im Bild. Hm? Links im Bild. Die Maschine. Ja, und... Super, dass ihr mich da reinschubt. Das Lendertunnel. Leute, äh... Über dem König ist irgendwie ein Meter uns halt. Ah, da schwitzt ich ganz früh beim Fahrrad. Ich glaub, den müssten wir töten. Was? Oh, der Maschine! Was? Ach, der Kerl von der Maschine ist grad aus dem Fenster gefahren. Warum? Weil... Maschine kaputt. Weil er Feuer unter dem Hinterrater, aha! Ja. Ähm, ich leb nicht mehr. Ihr und ich auch nicht mehr. Stimmt. Hä, warum heil ich die? Weil... Du nicht der Schlauste drin bist. Ne, Spaß. Warte, sind das Untote? Ja, mein wär so nett. Ja, mal Donnerkail. Ja, Moment. Fuck. Moment, gib mal aufs Glück. Ja, Donnerkail funktioniert hier leider nicht. Ja, klar. Das ist halt komisch. Das funktioniert gar nicht. Ich weiß nicht, ob das... ganz komisch. Fuck. So knapp. Blätter, aber fuck. Geht gar nicht, ey. Ganz komisch, aber egal nicht. Oh mein Gott. Ich kann dich. Nice. Oh mein Gott. Toh. Toh. Sieg! Okay, Änderung am Star Wars. Banner, nein. Alles klar. Ja. Das ist klar. Aha. Bin er sagt. Krieg? Ja. Geht bloß Krieg. Havin, dir schlägt zurück. Havin, dir stand in Flammen. Aber die Belagerung war aufgehoben. Jetzt passt's auch. Und die Menschenarmee bereitete den Gegenangriff vor. Bei Sonnenaufgang waren es Tausende. Naja, Hunderte. Aber, na, aber ganz bestimmt 50 Standkampf. Dank der jüngsten Teambildingübungen waren sie schwer auf Zack und bereit den furchterregenden Kriegsherrn Kahn zu besiegen. Ja, schön. Ja, und wie sieht's mit der Zeit aus? Ähm... 2, ich glaub das Kapitel machen wir noch. Was? W... Also mehr Anspiele gibt's nicht. Nica. Ne. Hey, da bist du Moody Harmin, du. Niva Harpa de Harra Ransom Krami. Oh, hier gibt es einen Achiefer, das ist ganz genau. Hier gibt es einen Achiefer, das ist ganz genau. Dehanda und Kreta, Blodje für das Beste Kraft, du Trollmann. Dein Durrenblick, du klemmt. Ja, Sporra. Bekorra Bam, komm her. Lütte Quill. Was ist denn für ein Achievement? Ab ins Loch. Ah, okay. Und tschüss. Keine Ziele? Hui. Genius. Ja, da gibt es doch heute noch. Ja. Was hast du dann gedacht? Wieso gibt es dafür keinen Erfolg? Weiß ich nicht. Erfolg nur für den. Ja, wir können überspringen. Absolut. Erfolg, da fängt der Kerl hier da rein zu stoßen. Fall da rein. Da, stoße den Soldaten auf dem Schlachtel ins Loch. Ganz komisch. Tja. Naja. So lange es nicht. Simon ist der im Loch. War schade. Dennis. Oh man. Sicher dass das Kapitel noch reinpasst? Ansonsten. Ja, ja, ja. Oh ja. Es ist schon 2 Uhr. Simon will aufnehmen. Ihr habt euch zu beugen. Nö, wenn ihr meintest, dass wir nicht mehr können, dann können wir nicht mehr. Sollen wir auch halbwegs recht sein. Ja. Ganzes Verstecken versuchen. Ja. Dass er das nicht gut fände, wenn ihr das sagt. Hm. Ich kann mich nicht einfach nochmal von dir dann später aufnehmen. Der nicht weit ist nur am Anfang des Levels. Also ich bin verdammt müde. Ich auch. Na gut, dann machen wir halt Schluss. Ja. Weiß doch, oder nicht? Ja. Simon beugt sich. Ich töte. Nö. Ich töte mich selber. Also ich nicht. Simon hängt nur was Schlimmeres aus, dass es können sich beugen. Oh ja, oh ja. Wollen bloß dich zu nah. Ja gut, dann äh, ja. Wenn's jetzt das ist, dann... Dann ist es das, ne? Was? Dann ist es das, ne? Dann ist es das. Jo. Tschüss. Das ist ein Neymar zu Wort. Neymar zu Ende.